Heyho YouTube! Herzlich Willkommen zu Overwatch. Oder weiß ich je, was ich sage, Over to the Watch. Ja, heute werden wir mal was anderes machen als spielen. Wir werden nämlich 45 Lootboxen öffnen. Und hier können wir mal kurz schauen, wie viel Prozent ich schon von denen eigentlich hab oder wie viele Skins, Sprüche. Dann schauen wir mal danach, was wir alles freigeschaltet haben. Legen wir mal los! Und hoffentlich auf den super geilen Mercy Skin. Wir den Teufel haben! Ah, nur Scheiße. Au! Okay, wenn zu weiter geht mit Geld, kann die Mercy Skin wir dann auch kaufen. Spieler-Icon. Skin, der... Okay, den nehm ich. Der sieht geil aus. Also, das müsste eine von den Neuen sein, ne? Die jetzt mit den Updates dazu kamen. Nehme ich. Sieht irgendwie bedrohlich aus. ... ... ... Yes! Diva. Also das Mani fliegt, ne? Okay. Ah, was für ein Knackarsch. Was soll ich zu der Box sagen? Scheiß Präs. Brauch kein... Okay, ich brauch sie. Ein Spruch habe ich. Hier schon habe. Dann ein Spray, glaube ich, für wen? Was steht das? Keine Ahnung. Ja, Wedo Maker. Ach, hier an der Hintergrund sind wir die neue Map. Die deutsche Map. Sie mich hat sie nicht gespielt. Ich hoffe, wir kommen heute rein. Also das habe ich von Geld zugeströmt. Oh! Mein Nester Vincent Skin. Nicht schlecht ausrüsten. Mercy. Und das zu euch sein, glaube ich. May. Ey Vincent, heute wird geflogen. Kinder, benehmt euch. Neu ausrüsten. Und, yes! Einen geilen Skin bekommen. Wieder Geld. Und auch ein Scan für die hier. Ja, nur noch 36 Lootboxen und 35 Und bis jetzt nur eine richtig geile Sache dabei gewesen Extra zur Vorschau Achso Hä Sorry, falsche Taste getrückt, ich wollte eigentlich Kurz die Hetzt ausschreiten Lootbox des 5-Dollar-Geldes Wie viel brauche ich für so Für ihn Teufel ist in Fall Mercy Weil sie kriegt doch heute bestimmt zusammen, wie oft ich doppelte Sachen kriege Lässig, abgefahren Und ein Blick, der sagt Heute wirst du getötet Mein Schöndersblick Ey, gib mir Sibuska Jangoet Als erst kopfgültig gerne haben Ja, kann man nehmen Hab schon Na, ne neue Pose für Mercy Alter, da war echt große Hupen, oder? 28 Lootboxen nur noch Wir haben schon fast 20 geöffnet Und nur Scheiße Ganz ehrlich, wie oft kenne ich heute doppelte Sachen Oh, jez Mitnehmen Ich öffne die Zelt und dann holen wir uns ein Beginn Von Mark Oh Ein Highlight Mitnehmen Neuespruch Was ist? Nochmal Ich bin es oben Ist das bei mir? Ja Ich wollte gerade sagen, ich weiß, was ich will, das zu spiel Ich nach Sieg Der hört sich gut an Ja, ich sage eh Ich nach Sieg Söldner Seven Sixty hat die geilsten Sprüche und auch die geilsten Skins Sexy Schulterblick des Todes Alter Der Arsch und die Brüste Falltreffer Sieht genau aus wie so ein Schlumpf War trotzdem sexy Mehr Mann als Frau Oh, mehr muss ich nicht sagen, ne Spray, Spray, Spray Ich komme schon, gib mir meine nicht die doppelten Ja, Kohle ist gut Oh, yes Neues Highlight Oh, sexy Senorita Und das Ne-Ne-Emo Er nimmt mich an Khaled Ach ja Rosé Sieht echt nicht schlecht aus, nehme ich mit Weißt, weil ich neue von den Vorbildetbestellen Edition in Skin Hub von der aber was anderes Aurel hier ist suchst du Ärger da bist du bei mir Gold richtig ich warte ich schreibe den Spruch mal kurz auf fertig aber bei den Skit nicht genau bist du dabei Ingenieure haben mehr Bums als du denkst Zweideutig und gut Bums schon weiter ja Atmosphäre hätte er gedacht Wasser nehm ich mit und ich hätte ich spiele um zu gewinnen ist nicht so gut Meiner ist geiler Jiffi Reiner Reinhard dafür brauche ich keine Hex ob ich ihn ausrüstet keine Ahnung weil es kann gut die letzten 14 Notboxen würde ich sagen drückt mir die Daumen auf ein kleines gehen bitte ich will immer sich gehen haben Intro nehm mit ist lustig ja irgendwie ist es in jeder Kiste Geld der Brände es gibt Dinge die nur eine Frau weiß das ja wie großer Penis ist oh hat er nicht gesagt Crusader Rüstung online ja er ändert mich zu Schaden an Commenting-Konger ich habe eine Kugel mit deinem Namen drauf der Schocker immer reißen Junge was für eine beschissene Kiste was du denn die 5 Dollar Kiste 2 ich will jetzt am liebsten schreien raus und kurzen und brüllen aber ich lass es lieber sein alter Schwede ich hätte nie gedacht ich hätte von Venomator nochmal so ein Skin bekomme ich fände ihn teilweise hässlich aber auch so gut gelungen ich weiß nicht was ich davon halten soll ich lustig noch aus 10 Notboxen komm schon komm schon das ist doch nicht gut oh yeah ja wir gucken uns eh gleich alles an ey jetzt kommt ihr ne wenn mehr Totenkopfschädel wären perfekt und weniger blau das sieht aus wie Venomaker nachmacher auch ne Siegerpose und noch ne Siegerfugel obwohl die beste ist als das Geschütz muss ich zugeben nicht mit mir wer uns gleich alles sagen ist das beste aber von Mercy bis jetzt noch gar nichts gesehen oder oh oh Motherfucker ey das passt perfekt Pinocchio in tödlicher Gewalt ein Kind mit gebrochenem Arm braucht kein Mensch sieht scheiße aus erinnert mich an Toy Story hab ich Messern hab ich Messern gut 3 Blutboxen noch mehr und jetzt drückt die Daumen drückt die Daumen dass ich was Gutes bekomme besser als Blau z z ich höre ich werde ich habe es halt oder gut so dass ich sei Eke das ist aus der Zeit Gold. Kommt schon jetzt die Lootbox. Lootbox des Todes. Gut. Jetzt für ihr. Gut. Ja, ich hab derzeit Kobold Skin. Und wie viel kostet das? 1000 Euro? Ah, der Mohnen sieht geil aus, aber Teufel sieht auch richtig aus. Ich nehm Teufel. So, ein Skin hab ich schon mal mir geholt. Dann. Wo? Oh, fuck. Fuck. Alter. Ich wollt mir erst den hier holen, ne? Der sieht ja auch mordsmäßig geil aus, ne? Ich weiß nicht. Ich warte nur kurz. Bei der fand ich auch noch den richtig genial. Okay, fangen wir mal an, uns die Skins jetzt anzuschauen, ne? Mercy, haben wir jetzt den Gold, den ich haben wollte? Das war hier. Das war hier. Im Blick, dass das nichts Besonderes... So, Antik. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich bin in den Skin, den ich jetzt hab, sieht am Geizen einfach aus. Ja, Pinocchio des Todes. Ja, ich hab dich an, als es doch jemanden auszulacht. Jetzt wirklich. So, Diva. Ich spiege am liebsten. Ja, also wenn es so ein Skin einfach 1000 kostet, ne? Prachtkäfer find ich den Mech so richtig geil, aber Diva selbst sieht scheiße aus. Räuche ist die Mannschaft, ne? Ich spiege am liebsten. Trooper, ne? Ja, organisation. Da haben wir auch so glödelt. Und jetzt? Du bist dran. SACKE! Nee. Gefällt mir der hier Bär. Er erinnert mich an Joker. Hat wer Lust auf Barbecue? Bösen Feinden gibt man ein Böckchen! Oder Zwei! Oder Drei! Der ist nicht schlecht. Er war echt 1 zu 1 Sweet Joker. Ja, nichts Sonst Besonderes. Lucio, was haben wir für dich? Was gibt's euch für dich? Ja, nichts Sonst Besonderes. Lucio, was haben wir für dich? Was gibt's euch für dich? Ja. Hat er ja auch nicht schlechtes. Ja. Er guckt die Skins an der Schau nicht. Als erstes passt mehr. Das ist ein Kandidat für Klasse Performance, oder? Ich bin kein Mafiosi. Ich bin ne brutale Mafiosi. Ich hab hier ne Kugel mit deinem Namen. Das kann jedem mal passieren. Ja, hier haben wir diese drei. Wanted. Passt immer. Ja, Mercy. Haben wir gerade gesehen? Hab ich mir den hier geholt? Ich find ihn gut. Ich find ihn toll. Okay, wir haben doch sehr viel für Mercy freigeschaltet. Hör dich tappen schon wieder raus. Du kannst dich voll und ganz rocket jump. Klingt überlass das den Profis. Jetzt die Folge schon 1,20 Minuten geht das auch schon hart. Weeper? Jetzt machen wir mal ein bisschen schneller. Ich bin da hab ich noch nicht mal ins Schwitzen gekommen. Du, bist fett. Dein Bauchnabel sieht aus, als ob der gleich mir entgegenfliegt. Also kommst du eher ins Schwitzen als Rainer. In seiner Rüstung der Flammen. Ja, Verzeutscher. Hab ich auch schon ein paar Skins. Gehst du eigentlich neue? Nein. Schade. Sieht nach Sie. Für dich immer noch, Sir. Nein, Sir. Nein, Sir. Okay, Entschluss sieht echt nicht schlecht aus. Nehm mit. Ja, unser neuer Skin. 3... von 10 haben wir. Ich werde dir zeigen, wo dein Plattpunkt genau ist. Ich werde dir zeigen, wo dein Plattpunkt genau. Was sind das hier für Punkte? Wo krieg ich die her? Von Seasons? Ja, wir haben hier noch eins Skinnen bis jetzt. Weiß, wo mein allererstes Skin. Der erste Kiste gezogen hab. Ja, ich find scheiße, dass du die Sommerlootbox nicht mehr holen kannst. Hätten jetzt auch noch in die normalen reinpacken können und aus dem Spiel wegnehmen und nur für die, die sie bekommen haben. Gehen. Ja, Königsblau fand ich jetzt nicht so schön. Von Porsche sieht der richtig geil aus. Slipstream haben wir hier. Das ist ja in der Augen schon die Edition. Spoddy. Okay, Spoddy sieht doch nicht schlecht aus. Ich find die Brille so hässlich, das passt überhaupt nicht zu der. Aber die Haare sehen nicht schlecht aus. Habt ihr das gesehen? Mit der zweiten schieß ich besser. Haha. Okay, hier haben wir die. Ich hab sogar ein Ohr. Oh ja. Pff. Vergessen. Welchen Skin ich auch gerne gehabt hätte, wär der hier gewesen. Ich schau gleich, welchen Skin wir nehmen. Dann mach ich mir nochmal ein paar Gedanken und das wird ihr dann heute vielleicht noch sehen in einem Spiel. Nein, okay, ich möchte keine Banane. Für den einfach nur so geil. Für die habe ich auch schon richtig viel freigeschaltet. Ich bin stark wie der russische Bär. Ich bin Mütterchen Russland. Du siehst aus wie ein Kehl, wie kann es Mütterchen sein? Äh. Ob ich denke, kann... Ich träumte, ich sei ein Schmetterling. Ich träumte, ich könnte dir in eine Fresse hauen. Wir können beides nicht haben, was wir wollen. Ja, die Kampfbote ich selber damals gemacht. Da kann sich auch drinnen. Da kann ich mich an meinen alten Zeiten. So. Dann sehen wir uns später vielleicht heute noch in ein Spiel. Was ich mit meinen Kumpels aufnehmen werde. Oder alleine. Mal schauen. Ich mache mir jetzt Gedanken, was ich mir hole für Skins. Wir sehen uns das nächste Mal bald. Und schaut mal wieder vorbei. Vielleicht mache ich nächsten Monat nochmal ein Unpacking. Aber mit weniger Kisten. Es waren vorher 60. Tschüss.